Feine Schinken, knackiges Gemüse oder lieber ein knuspriges Schwarzbrot mit mildaromatischem Käse? Der Rochushof in Salzburg-Maxclan bietet Ihnen Bio-Lebensmittel und regionale Spezialitäten von höchster Güteklasse. Qualität vor Quantität. Der Feinkostladen der besonderen Art, der als Familienbetrieb von vier Bio-Bauern geführt wird, setzt auf regionale Erzeugnisse, regelmäßige Qualitätskontrollen und den persönlichen Kontakt zu den Produzenten. Die Produktpalette reicht von Bio-Fleisch aus der Bio-Hof-Metzgerei der Familie Heinz, über Bio-Brot vom Bio-Bäcker Itzlinger und Bio-Gemüse vom Öko-Hof-Feldinger bis hin zu Bio-Käse aus der Käserei Mangelberger. Neben dem Direktverkauf im einzigartigen Ambiente des Rochushof wird den Kunden ein herzhaftes Frühstück und Mittagessen sowie eine gute Jause im Wintergarten des Feinkostladens geboten. Weitere Informationen zu den angebotenen Bio-Produkten und den genauen Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter www.rochushof.at. www.rochushof.at.de